Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Unbezwingbare Drohnen. Ein Nachtrag zu Berichten der Liberation Times. Arrow lebt. Noch bevor sich der neue Chef der UFO-Forschungsbehörde des Pentagons offiziell vorgestellt hat, kommen aus dem Büro bereits neue Töne. UFOs über Holland. Die Niederlande schaffen eine offizielle Meldestelle für UAPs. UAPs auf LinkedIn. Wie das Phänomen die Wirtschaft erreicht. UFO-Entführung in Manhattan. Ein alter, aber spektakulärer Entführungsfall in New York, jetzt als Filmdoku. Peru. Neues von den alten Mumien. Oftmals totgesagt lebt der Fall der Trockenleichen. Noch immer. 50 offizielle Videos. Hilfe bei der Aufarbeitung des National Archives Data Dumps. In der letzten Folge der UFO-News haben wir ausführlich über einen Artikel in der Liberation Times berichtet, der exakt beschreibt, wie die CIA in Zusammenarbeit mit anderen Regierungsorganisationen der USA weltweit abgestürzte UFOs einsammelt. Die Details wollen wir an dieser Stelle nicht wiederholen. Wer mag, kann sich den Bericht selbst ansehen. Link in der Beschreibung. Jedenfalls berichtete die Liberation Times mit Verweis auf mehrere Quellen sehr genau, wie verschiedene Teile des US-Militärs und der US-Geheimdienste, manchmal auch in Zusammenarbeit mit privaten Organisationen, weltweit Bergungen von vermeintlichen UFOs durchführt. Auch, und das war an diesem Artikel besonders bemerkenswert, von Objekten, die vom Meeresboden heraufgeholt wurden und werden. Mehr dazu gab es nun in einem neuen Interview mit dem Autor des Artikels und Chefredakteur der Liberation Times, Christopher Sharp. Dieser war bei Matt Ford in dessen Good Trouble Show zu Gast und erklärte im Detail, wie er an diese Informationen herankam, wieso er sie veröffentlichte und wie diese Bergungen vermutlich vonstatten gehen. Doch noch ein zweites Thema kam zur Sprache. In einem Artikel davor war Sharp nämlich noch einmal auf die geheimnisvollen Drohnenvorfälle über US-Militärbasen, insbesondere über der Langley Airbase eingegangen. Dieser Kanal hat das schon öfters thematisiert und hat mehr oder weniger dieselben Fragen gestellt, die sich auch Christopher Sharp stellt. Nämlich, wie können Drohnen, seien sie nun von feindlichen Mächten oder von Privatpersonen, ungehindert viele Nächte hindurch und in großer Anzahl tief über amerikanische Militärbasen schweben, ohne abgeschossen zu werden. Noch dazu über Langley, einem Luftwaffenstützpunkt an der Ostküste, der unter anderem für den Schutz der Hauptstadt Washington verantwortlich ist. Hier noch einmal alle Ungereimtheiten in Zusammenfassung. Die Drohnen wurden von vielen Zeugen außerhalb der Basis beobachtet und auch gefilmt. Offizielle Fotos gibt es nicht. Keine einzige davon konnte abgeschossen werden. Hätte man eine abgeschossen und wäre das eine Drohne einer feindlichen Staatsmacht gewesen, wäre das ein gigantischer diplomatischer Skandal geworden. Weder Russland, noch China, noch der Iran würden so etwas leichtfertig riskieren. Hätte man eine abgeschossen und sie wäre privat gewesen, hätte man den Piloten ziemlich rasch herausgefunden und angeklagt. Nicht wegen eines harmlosen Vergehens, bedroht mit einer Geldstrafe, sondern als Verbrechen bis hin zu Spionage, bedroht mit langjährigen Haftstrafen. Welcher Hobbypilot würde so etwas riskieren? Sharp brachte außerdem noch ein paar neue Fakten ein. Erstens, das Militär hätte laut Zeugen sogenannte Dronebusters eingesetzt, allerdings ohne Erfolg. Das sind Geräte, mit denen das GPS von Drohnen gestört wird, die daraufhin in den sogenannten Recover-Mode gehen und zu ihrem Ursprung zurückfliegen. Zweitens, das Militär konnte die Drohnen in manchen Fällen offenbar deshalb nicht abschießen, da sich diese in dichten Nebel über der Basis bewegten. Dichter Nebel ist ein No-Go für Drohnenpiloten, da sie sich darin ebenfalls nicht orientieren können. Diese Drohnen müssen also etwas sehr, sehr Hochwertiges gewesen sein. Oder eben keine Drohnen. Wer mehr dazu wissen will, die Links zu den beiden Artikeln sowie zu dem Gespräch mit Matt Ford stehen in der Beschreibung. Der offizielle Termin wurde zwar noch nicht bekannt gegeben, aber demnächst wird es eine Arrow-Anhörung vor dem Senat geben. Arrow ist die vor zwei Jahren offiziell etablierte UFO-Forschungsbehörde des Pentagons, die aber zwischenzeitlich in dem Verdacht steht, eher der Verschleierung als der Enthüllung zu dienen. Vor allem unter der Leitung ihres ehemaligen Direktors Dr. John Kirkpatrick, dem wunderbaren Dr. Kirkpatrick. Doch nun gibt es einen neuen Direktor namens John Koslowski, Wissenschaftler, Geheimdienstler und Mitglied der ehemaligen UAP-Taskforce. Der Leiter dieser Taskforce, Jay Stratton, hat sich ja bereits positiv über Koslowski geäußert, siehe Bericht in Ufo-TV News 43. Noch ist nicht viel über den neuen Direktor bekannt und es gibt auch noch keine offiziellen Interviews. Vermutlich wird er aber persönlich der Senatorin Kirsten Gillibrand vor laufender Kamera Rede und Antwort stehen. Die erste Gelegenheit für uns, ihn näher zu beschnuppern. Allerdings gibt es inzwischen schon ein anderes Lebenszeichen dieser Behörde. Der bisher eher passive und meist stumme Twitter-X-Kanal von Arrow wurde vor kurzem überraschend aktiv. In einem zweiteiligen Tweet hieß es, Operative UAP-Berichterstattung liefert Arrow wichtige Daten und hilft dem Verteidigungsministerium, UAP besser zu verstehen und darauf zu reagieren. Letztes Jahr arbeitete Arrow mit dem Generalstab zusammen, um den Militärdiensten und Kampfkommandos Leitlinien für die Meldung von UAP-Vorfällen zu geben. Um im zweiten Tweet zu ergänzen, Eine allgemeine administrative Mitteilung des Generalstabs weist außerdem die Militärdienste und Kampfkommandos an, alle Daten von UAP-Vorfällen, deren Eindringen und Interaktionen mit ihnen zu übermitteln, sowie alle geborgenen UAP-Objekte und Materialien. Das ist einerseits atemberaubend, andererseits nicht ganz neu. Bereits im Frühjahr wurde bekannt, dass es diese Gen-Admin genannte Anweisung des Generalstabs an alle Militärs gab. UVTV News hat ausführlich darüber berichtet. Wer sich näher dafür interessiert, Link in der Beschreibung. Und auch, dass Arrow unter anderem genau diese Verpflichtung hat, nämlich die Weiterleitung von Informationen und auch Materialien zu koordinieren, steht seit Anfang an auf ihrer Website. Im Kleingedruckten, wenn man danach sucht. Ein weiterer Schritt der Soft-Disclosure. Wenn nichts anderes, so scheint diese Mitteilung zumindest auf einen leichten Kurswechsel in Richtung mehr Offenheit und Transparenz hinzuweisen. Und vielleicht auch auf den Versuch, das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Community wiederzuerlangen. Link zu den Tweets, sowie zur Generalstabsanweisung ebenfalls in der Beschreibung. Auch darüber, dass niederländische Piloten bereits vor einiger Zeit eine Vereinigung zur Meldung von UAP-Sichtungen gegründet haben, hat dieser Kanal bereits mehrmals berichtet. Zuletzt nahm ein Vertreter der UAP Coalition Netherland auch am EU-UFO-Flugsicherheitsmeeting im März dieses Jahres teil. Link zu dem Report in der Beschreibung. Die Absicht dieser Vereinigung ist jedenfalls das Bewusstsein, über die Realität des Phänomens in der niederländischen Öffentlichkeit zu heben und sowohl privaten als auch militärischen Piloten die Chance zu geben, sich offen und ohne Stigma über ihre Erlebnisse zu äußern. Also ähnlich der Organisation Americans for Safe Aerospace von Ryan Graves. Die Bemühungen der UAP-CN haben nun ein erstes Ergebnis gebracht. Das Dutch Safety Board, holländisch Untersuchsrat for Feiligkeit, ist eine von der niederländischen Regierung unabhängige Organisation, die allerdings im Auftrag der Regierung agiert, um nach Problemen und Sicherheitslücken in einer Reihe von Bereichen zu fahnden. Unter anderem im Bereich der Schifffahrt, dem Schienenverkehr, der Chemie und Petrochemie und eben auch in der Luftfahrt. Diese Organisation hat sich nun bereit erklärt, als Ansprechpartner für UAP-Meldungen zu dienen. Der Vorsitzende der UAP-Coalition Netherland, Joachim Deckers, gab auf Twitter und in einem Artikel auf deren Website dazu nun Folgendes bekannt. Wir freuen uns, berichten zu können, dass das DSB erklärt hat, Berichte über UAPs von niederländischen professionellen Piloten entgegennehmen zu wollen. Der Luftraum kann durch Begegnungen mit UAPs gefährdet sein, daher ist es positiv, dass eine unabhängige Verwaltungsstelle mehr Einblick in diese Angelegenheit gewinnen möchte und Berichte ernst nimmt. Wir sehen dies als Anerkennung und als wichtigen Schritt zur Erreichung unserer Ziele. Im Detail heißt das laut Deckers, jeder kann dem Sicherheitsausschuss jede Situation oder jeden Vorfall melden. Der Ausschuss wägt dann unabhängig ab, ob eine Untersuchung eingeleitet wird. Wenn eine unsichere Situation aufgetreten ist, kann der Sicherheitsausschuss beschließen, den UAP-Bericht weiter zu untersuchen. Allerdings gilt das vorerst nur für Sichtungen von niederländischen Piloten und Pilotinnen, vor allem im niederländischen Luftraum. Aber immerhin sind die Niederlande damit nun ein weiteres unter den wenigen Ländern Europas, in denen eine offizielle Organisation solche Berichte entgegennimmt und hoffentlich auch untersucht. Ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger weiterer Schritt. Aus verschiedenen Andeutungen und Berichten von Wirtschaftstreibenden der Wall Street und Silicon Valley weiß man, dass sich immer mehr Unternehmen in den USA ernsthaft mit dem Thema UAP beschäftigen. Allerdings vorerst noch in einem Graubereich. Denn einerseits haben verschiedene amerikanische Behörden ja offiziell zugegeben, dass UAPs existieren und beobachtet werden, andererseits wird bisher geleugnet, dass es handfeste Beweise oder tatsächlich Materialien von potenziellen UFOs gibt. Inoffiziell wird freilich von bedeutenden Whistleblowern wie David Grush und Lou Elizondo allerdings seit Jahren bestätigt, dass solche Materialien existieren und insbesondere von der US-Rüstungsindustrie untersucht werden. Es scheint, dass viele amerikanische Unternehmen sich nun darauf einstellen, dass hier früher oder später etwas zu erforschen und natürlich kommerziell zu verwerten ist. Darauf deutet unter anderem die hier schon öfters erwähnte SALT-Konferenz in New York hin, bei der das Thema UFOs jetzt schon zweimal prominent auf der Bühne diskutiert und der der Realität bestätigt wurde. Einmal von Gary Nolan und einmal von Carl Nell. Ein weiterer Beleg für die Ausdehnung der Erforschung in den Wirtschaftsbereich ist, dass es auf der Vernetzungsplattform LinkedIn ebenfalls bereits einige UFO-Gruppen gibt und einige Unternehmen bereits mitteilen, in diesem Bereich tätig zu sein. So veröffentlichte der Autor und Experte für KI und MINT-Bildung, Tiefsebergbau sowie UAP, Ufo-Technologie und NHI-Forschung Dr. Andrew Morgan gerade einen Artikel dazu auf der Plattform. Link in der Beschreibung. In dem Artikel berichtet er von den vielen aufregenden Möglichkeiten, die es gibt, bereits aus den beobachteten Phänomenen Schlüsse zu ziehen, die man etwa in der Biotechnologie einsetzen könnte. Er erzählt, dass er und sein wissenschaftliches Team insbesondere an den Flugeigenschaften von Orbs und Rods, also runden sowie länglichen kleinen UAPs, forschen. Ihre Bildanalyse hätte dabei, Zitat, rotierende Anbauten rund um die Objekte aufgedeckt, die auf den möglichen Einsatz von Feldabstoßungstechnologie hindeuten. Allein durch die Beobachtung könne man viel lernen. Dazu morgen. Wenn es um Feldabstoßungstechnologie geht, könnte die Möglichkeit einer biotechnologisch hergestellten Haut, die exotische Objekte wie Kugeln und Stäbe oder auch exotische Fluggeräte umhüllt oder von ihnen ausgeht, eine magnetisch begrenzte Energiekopplung ermöglichen. Elektrogesponnene Nanofasern in einem Metamaterial, das elektrostatische Abstoßung nutzt, könnte verwendet werden, um eine solche Energiekopplung zu erreichen. Was er damit sagen will und was auch Physiker wie Dr. Kevin Knuth immer wieder sagen. Allein aus der Beobachtung von unbekannten Objekten lassen sich möglicherweise bereits neue Erkenntnisse für die Physik oder auch für eine technologische Nutzung ableiten. Ein Grund mehr, sich damit zu beschäftigen, statt die Sichtungen zu ignorieren und abzutun. Und das beginnt sich nun offenbar, nach Militär und Wissenschaft, auch langsam in der Wirtschaft herumzusprechen. In der letzten Folge der UFO-TV News war viel von dem neuen Trailer zu der Dokumentation von James Fox die Rede. Dazu am Schluss noch ein PS. Inzwischen ist ein weiterer Trailer erschienen, für eine weitere Dokumentation. Diesmal über einen speziellen UFO-Vorfall. Einen der spektakulärsten überhaupt. Die dreiteilige Doku trägt den Titel Die Alien-Entführung von Manhattan. Im Original The Manhattan Alien Abduction. Hier die wichtigsten Informationen in der Reihenfolge der Unglaublichkeiten aufsteigend. Im November 1989 wurde die Hausfrau Linda Cortile, ihr damaliger Deckname, inzwischen weiß man, dass sie Napolitano heißt, angeblich von einem UFO entführt. Dabei wurde sie aus ihrem Bett gehoben, flog aus ihrem Fenster und schwebte eine Weile hoch über der Straße, bevor sie von einem UFO verschluckt wurde. Das berichtete sie allerdings nicht nur selbst, sondern der Vorfall, insbesondere ihr Schweben in der Luft, wurde von weiteren 23 Augenzeugen beobachtet und berichtet. Der Fall wurde unter anderem vom FBI untersucht. Unter diesen Augenzeugen befand sich auch der damalige UN-Generalsekretär Javier Perez de Coelha. Okay, die Sache wurde damals großmedial berichtet und inzwischen mehrmals aufgegriffen, sowohl in Filmdokumentationen als auch am genauesten in einem Buch des UFO-Forschers Bud Hopkins. Dessen Frau, Carol Rainey, selbst Buchautorin und Dokumentarfilmerin, zu wissenschaftlichen Themen, nahm damals viel Material und Interviews mit Zeugen auf. Und aus diesem Material, gemeinsam mit aktuellen Interviews, mit unter anderem Linda selbst, wurde nun eine Dokuserie zusammengestellt, die am 30. Oktober auf Netflix starten wird. Der Trailer zeigt schon viel, was da zu erwarten ist. Link in der Beschreibung. Übrigens ist die Aufzählung von zuvor noch nicht die Spitze der Seltsamkeiten. Ich weiß nicht, ob das auch in der Dokumentation vorkommen wird. Es sieht jedenfalls danach aus. Aber es gibt auch Berichte, dass der UN-Generalsekretär selbst in dieser Nacht ebenfalls entführt worden wäre. Und Linda und er wären einander im UFO begegnet. Und sie hätte ihn erkannt. Dazu gibt es noch ein paar schrägere Details, die ich an dieser Stelle allerdings nicht erwähnen möchte. Ich warte erst einmal ab, ob sie in der Serie vorkommen. Der Reigen an Aufarbeitung aktueller und historischer Themen rund um UFOs und UAPs reißt jedenfalls nicht ab. Und wenn man mich fragt, gut so. In der letzten Zeit habe ich auf diesem Kanal nicht viel Neues über die Trockenleichen aus Peru berichtet. Das liegt nicht daran, dass sich in dieser Sache gar nichts tut, ganz im Gegenteil. Aber nichts so Entscheidendes, dass es wirklich etwas verändert. Diverse Berichte zu diversen Themen rund um die seltsamen Funde finden sich jedenfalls in mehreren Folgen der UFO-TV-News und auch in Folgen von Nachspiel. Wie gesagt, es hat sich noch nicht viel Entscheidendes getan, aber doch so manches. Es tauchen immer neue Körper und auch isolierte Köpfe auf. Die peruanische Regierung, die bisher auf dem Standpunkt stand, alles Fälschungen und man müsse alles einkassieren und wegsperren, hat ihre Haltung ein wenig geändert. So wurden zwei der großen Körper von Regierungsseite her in einem Spital untersucht und der untersuchende Arzt hätte erklärt, dass das intakte Körper sind und keine Basteleien. Außerdem ist ein Hearing vor dem Parlament in Peru geplant. Es tauchen auch immer wieder neue Fotos und Videos von der angeblichen Fundstelle auf, einer Höhle an einem noch immer geheimen Ort. Diese Bilder zeigen unter anderem eine der Mumien mit einer goldenen Krone, die inzwischen vermutlich auf dem Schwarzmarkt gelandet ist, also die Krone. So wie eine seltsame Steinpyramide mit Schriftzeichen. Wie authentisch das alles ist, lässt sich natürlich nicht feststellen. Jedenfalls haben inzwischen mehrere DNA-Untersuchungen gezeigt, dass die Körper definitiv alt sind. Wobei die Interpretation von all dem noch immer breit variiert. So betonte Dr. Stephen Brown, der schon länger mit einem Team von Wissenschaftlern an der Sache dran ist, in einem neuen Interview auf exomagazin.tv, zwar einerseits, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um antike Körper handelt, er meinte aber andererseits, dass insbesondere bei den menschengroßen Körpern Manipulationen möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich wären. So hätte man die Kopfform durch Abbinden der Köpfe zu Lebzeiten erreichen können. Finger und Zehen hätte man nach dem Tod abtrennen können, ebenso die Ohren und eventuell auch die seltsamen Fingerabdrücke hinzufügen können. Warum und wie genau, bleibt natürlich offen. Vielleicht, um diese Menschen irgendwelchen Göttern oder Aliens ähnlicher zu machen. Fiktiven oder solchen, denen die indigene Bevölkerung tatsächlich begegnet ist. Auf der anderen Seite des Spektrums finden sich Berichte, die zum Beispiel Pavel Ibarra in seinem Podcast Psi Activo gerade präsentierte. Er erzählte von einigen neuen Untersuchungen und berichtete von einem Detail, das bisher weitgehend untergegangen war. Die verschiedenen metallischen Implantate, die verschiedene Mumien an verschiedenen Körperstellen aufweisen, hätten nämlich zwei erstaunliche Eigenschaften. Zum einen seien sie innen hohl und perfekt symmetrisch, was offenbar einige Metallurgen in Erstaunen versetzt hat. Zum anderen scheinen sie eine Art deutlich nachweisbare Radiostrahlung abzugeben. Beides präsentierte er in einem Clip zu einer Untersuchung, die offenbar bereits vor einem Jahr stattgefunden hat. Link in der Beschreibung. Ich will damit eigentlich nicht viel weiteres aussagen, außer dass die Sache alles andere als vorbei ist. Viele Kritiker verweisen gerne auf genaue Untersuchungen, sowohl alte als auch neue, einiger dieser Körper, die sehr wohl Manipulationen festgestellt haben. Denen gegenüber stehen allerdings auch viele weitere Untersuchungen, die das genaue Gegenteil behaupten. Und dazu tauchen auch immer wieder neue Körper auf. Ein komplizierter Fall, der sich aber im Gegensatz zu irgendwelchen Lichtern am Himmel relativ einfach lösen ließe. Mehr Forscher sollten sich noch genauer mit den Körpern, die ja real vorhanden sind, auseinandersetzen. Dann sollte es doch möglich sein, festzustellen, ob daran irgendetwas seltsam ist. Und im Idealfall was? Sollte sich in der nächsten Zeit etwas Größeres dazu tun, dieser Kanal wird es verkünden. Wie ebenfalls vor kurzem hier berichtet, zeigt das amerikanische Gesetz zur Datensammlung über UAPs bereits Wirkung. Ein Terabyte an Daten wurde vom National Archive bereits freigegeben. Das New Paradigm Institute von Daniel Sheehan hat sich nun die Mühe gemacht, die darin befindlichen Videos zu ordnen, zu organisieren und als Playlist auf YouTube hochzuladen. Unter den nicht weniger als 50 Videos befinden sich bekannte und unbekannte Sichtungen, bekannte und unbekannte Interviews mit Zeugen. Ich habe noch nicht alles angesehen, daher hier keine Bewertung. Wer selbst forschen möchte, Link zu dem Archiv in der Beschreibung. Übrigens, ausführlich berichtet haben wir ja das letzte Mal über den Trailer von James Fox zu seinem neuen Dokumentarfilm The Program. Am Wochenende habe ich dazu nun auch eine eigene Folge von Nachspiel aufgenommen, in der ich den Trailer genau analysiere, Sequenz für Sequenz, in manchen Fällen sogar Bild für Bild. Und genau erkläre, wer da zu Wort kommt. Was James Fox damit wohl aussagen möchte und was daher von dem fertigen Film zu erwarten sein wird. Link auch dazu in der Beschreibung. Wer über solche manchmal überraschend hochgeladenen Videos aktuell informiert werden möchte, sollte diesen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen einschalten. Dann entgeht euch nichts. Und um dem Kanal zu helfen, meine übliche Bitte, diesen Beitrag und vielleicht auch gleich ein paar andere zu liken, zu kommentieren und weiter zu verbreiten. Wer mag, kann mich darüber hinaus auch noch mit einem Trinkgeld unterstützen, mit Superthanks, mit einem Einkauf in meinem Merchandise-Shop oder mit einer Kanalmitgliedschaft. All das macht das alles hier erst möglich. Danke jedenfalls an alle, die das bereits getan haben, also das eine oder andere. Aber auch einfach nur regelmäßig zusehen ist schon ziemlich cool. Vielen Dank auch dafür. Zuletzt, wie schon öfter gesagt, kann man mich auch für Vorträge buchen. Letzte Woche war ich dafür etwa in der Steiermark. Ein ausgesprochen nettes Event mit einem ausgesprochen interessierten Publikum. So, das wäre es jetzt aber wirklich für heute. Also, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020